Danke sehr. Und jetzt kommen wir auf. Ich hoffe natürlich viele, viele Italiener. Ich selber doch Italiener. Spaghetti-Mann. Ich sehe, ihr seid hier alle Pärchen außer diese zwei jungen Frauen. Die sind ganz viele Freundinnen. Hallo. Wie heißen sie bitte? Petra und Ingrid. Wir machen ein kleines... Oh, sie sind da alleine? Wo ist die Gnädige? Sie sind allein, Schöße? Nein. Wo ist die Gnädige? Zuhause, warum? Sie vertraut Ihnen noch? Nach so vielen Jahren? Das ist doch schön. Sonst alles in Ordnung. Ja, alle Pärchen sowieso in der Schule. Ihr könnt natürlich auch was bestellen. Kein italienisches Wein hier. Oder doch? Okay. Pavarotti und sein Libyavo. Die Gnädige 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 Ich bin, ich bin, doch der Norde, ich bin, doch die Norde. Untertitelung des ZDF, 2020